6 Uhr morgens, 90% der Apel Waren rot oder hatten Bart und Seite Tutti und Murphy stampfte Eigentlich tun sie Nude beim Studio erwarten Und der Verzohnte ist nie am Studio angekommen Da haben Borillas Knochen Sie haben dann so lang gewartet Die Lumifikation hat schon gestartet Dann sagte Nude Die Lumifikation hat schon gestartet Gekreven Die Milch war schon 5 Tage abgelaufen Beim Rahmen war die Gebelsmischung nicht dabei Nudeln nur mit Wasser und es wird noch kratzer Die Heizung ist ausgefallen Der Techniker ist umgefallen Die Wohnung wird umgestaltet Aber es tut ihr irgendwie nicht gefallen Dann steckt sie in ihrem Zug Die Heizung war 40 Minuten verspätet In ihrem Zug am Teil sind drei kreischende Babys Und zwei Hunde bellen sich an Sie hat ihre Kopfhörer vergessen Und es ist schon alle da In ihrem Zug Die Heizung war mit ihrem Zug Und das ist schon alle da Wie ihr Handy habt noch einen Prozent Auch noch ein Dicht für die Fahrkarte Die Fahrt ist bestimmt von Angst Und, oh nein, sie merkt es dann Dieser Zug fährt an ihrem Thrill vorbei Doch verdammt, sie will nur schreien I have a bad day, have a very bad day I need a sensei, I don't know my way Left my door open, left the cake frozen Den wollt ich noch auftauchen, meine Maske tut nicht auftauchen Yeah, 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 yeah I have a bad day, have a very bad day I need a sensei, I don't know my way Ich will diesen Co-Co-Co-Band Oh Gott, mein Lieblings-Villager will wegziehen Mein Minecraft-Server ist sehr ergriff Netflix hat nur Mr. Bean Mein Thermo tut mich reinfrieren Die Heizung ist noch immerhin Hey, ah, ah, aber immerhin Ich hab die Geheime-Fan Die Geheime-Korea-Serie Sie verkauft sie an den Super-Fan Dann kriegt sie die, die die Millionär Mann steigt in einem Raumschnitt Ihr eigener Raumschnitt Sie verletzt die Erde Jetzt ist sie auf Mars gechillt Ah, 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 ah